Und dann an dieser Stelle auch ein herzliches Hallöchen an die Seite von YouTube, sorry für die Mega-Ausfalle hier bei mir, ein bisschen, ja, hatte massive technische Probleme, mittlerweile ist das Ruckeln zwar besser geworden, es ist immer noch vorhanden, ich bin weiter mit Elgato dran, das zu beheben, mittlerweile ist fast alles im PC ausgetauscht, also an meinem PC kann es eigentlich nicht mehr liegen. Ja, müssen wir jetzt abwarten, so lange, also wenn es hier kleine Ruckler gibt mal oder so, bitte ich das zu entschuldigen, es liegt an der Capture-Karte, ich habe aktuell drei Capture-Karten hier und auf allen drei habe ich dasselbe Problem, so wie die ganz neue, die HD60X, hat auch noch das Problem, dass ich nach 10 Minuten, Viertelstunde spielen kann man Sound-Delay drin haben. Der wohl tatsächlich nur ich habe, aber und ihr nicht, aber wenn ich halt dann jedes Mal die Szene kurz beenden muss oder deaktivieren oder aktivieren muss, dass der Ton wieder synchron ist, dann auch ungeil. Ja, und wie gesagt, ich habe da halt die Rucklau drin, deswegen habe ich heute auch schon jetzt nochmal, wohl beim Rumprobieren auch andere Kabel probiert und das vielleicht doch ist, wobei durchgeschliffen zu mir auf dem Monitor wird es einmal frei, also da habe ich gar keine Probleme, also ich habe ja keine Ahnung mehr, woran es liegt. Wenn da bei euch jemand irgendwie eine Ahnung hat oder ähnliche Probleme hat, dürft ihr euch gerne mal in die Kommentare melden, eventuell finden wir ja zusammen die Ursache raus, weil mittlerweile nervt es einfach nur noch tierisch. Ich habe mittlerweile eine mega geile Kiste hier für mittlerweile insgesamt ca. 3.500 Euro ohne Capture-Karten und die Capture-Karten spacken halt einfach, das ist halt mega nervig. Ja, von daher, falls da wer von euch eventuell ähnliche Erfahrungen hat oder vielleicht sogar die Lösung weiß, woran es liegt oder liegen könnte, gerne Kommentar in die Videobeschreibung. Und, ey, in der Videobeschreibung in den Kommentaren. Ich bin schon ganz gaga, hä? Genau, ansonsten auch gleich hier mal die Mitteilung, wir befinden uns heute im Tag 12. Ja, und Horizon 2 Forbidden West wird auch erst mal das letzte Spiel sein, was ich on-stream spiele und nebenbei für YouTube aufnehme. Für YouTube ist demnächst anderer Content geplant. Wenn ihr zum Beispiel Interesse habt, dann Xenoblade 3, wenn das rauskommt, das werde ich spielen, ist auch schon vorbestellt. Allerdings nur im Stream. Wird keine YouTube-Aufnahme geben. Und dafür, vielleicht nehme ich es nebenbei auf, wird dann aber irgendwann massiv später kommen. Weiß ich noch nicht, aber auch eher unwahrscheinlich. Weil dann könnte ich massive Platzprobleme kriegen. Und, ja, an dieser Stelle, ne, Link zum Kanal unten in der Videobeschreibung. Ebenso Twitter, Discord, falls da wer Bock hat, dürft ihr auch gucken. Unten in der Videobeschreibung oder irgendwo in der Kanal-Info auch unter den Links. Ja, soviel mal dazu. Ich hoffe, ich kriege das jetzt demnächst irgendwann mal wieder hin. So, jetzt ist hier, ich schaue mal, ja, da war schon wieder ein ganz kleiner Ruckler. Da wieder so ganz kleine Stellen, weil sie sind. Und da sieht man jetzt auch wieder so kleine Mikroruckler. Die meine ich, also wenn ihr die seht, sorry dafür, es liegt an der Hardware. Ich weiß nicht, seit der 3080 da ist, ist das echt schwierig. Da wieder so kleine Ruckler. Das ist echt, ja. Ich kann es aktuell nicht ändern. Falsche Tasche. So, genau, wir gucken jetzt. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen reinkommen. Äh. Ich habe jetzt auch ewig lang nicht gespielt. Ich hatte es immer nur wieder kurz offen zum Testen. Und, warte mal, genau. Bevor wir jetzt hier irgendwas gucken, wo, hier war noch irgendwo ein Lagerfeuer. Irgendwo stand ich doch hier, genau. Ihr wart hier und irgendwo und da drüben. Erstmal neuen Safe sprechen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Oh, come on, ich will doch nur. Das hat er nicht gespeichert, äh. Das ist jetzt hier Ruhe. Darf ich mal speichern, ja? So, nehmen wir gleich mal mit. Jetzt darf ich speichern. Öh. 27. Genau, dann nehmen wir gleich den da. Na, darfst du wohl frei, Ben. So, dann. Habe ich heute auf jeden Fall vor, mal Hauptquest. Genau, Demeter, den werden wir jetzt angehen. Irgendwann demnächst. Harte Zahlen, Stufe 18. Räume den westlichen Tunnel. Was? Aber keine Ahnung mehr, ne? Zaubel, die leidenden Landgötter. Genau. Mit der werden wir jetzt anfangen. Und danach werden wir starten in die, äh. Äh. Okay, da werden wir aber nicht hin. Komplett hin will ich jetzt auch nicht. So, wir reisen mal da hin. So, dann werden wir jetzt mal die Quest endlich machen, die ich schon, äh, ehlisch machen will. Reinklang, ehlisch. Äh, was? Deine Name. Kann ich hin? Äh. Äh, so, warte mal, wir müssen da lang. So, da ziehen wir. Da springen wir. Können wir nicht mitnehmen. Genau, hier haben wir das da. Da hauen wir zu. Hier hauen wir zu, äh, genau. Ich muss ihn auf einmal weg. Ich setze nach. Du Latest. Oh nein, ja, 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 ja. Oh, nein, ja, 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 ja. Du zappelst mich nisch. Willst du dich mauen? Ich würde dir gerne von hinten den Arsch pieken. Wie denn noch? Boah. Oh, die kommt jetzt sogar noch hin. Komm. 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 Au. Hallo. Das hier. Komm. 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 Es ist ja jetzt erstmal. Der Flieger war doch da unten. Können die da hinten sein. Da? Ne Satellitenschüsse. Das war das Flugzeug. Ja. Vielleicht kann ich das Bild auf einem nahen Hügel ausrichten. Oh nein. Ich mach mal irgendwo hier rüben. Na ja. Ja nein. Warum? Also bisher war es irgendwie immer so, wenn wir Flieger gefunden haben, dann sind wir meistens richtig. Meistens muss man hier klopfen. Das gebe ich einem Färber. Oben? L. Da ist das Ding. Hier so dahin irgendwie. Da drüben. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Ja. Oh. Oh. Okay, dann machen wir ja Stil. Oha. Oha! Und nur eine. nehmt sie hier ins Visier. Hö석! Ich übernehme es, ich halte dich. Oh, was war das denn? Da war es. Da, die Gründermer und Gründermer. Wir müssen das jetzt geschickt machen. Ich werde geträumt. Ja, ist ja klar. Äh, die waren doch Säure, oder? Hey Leute, geht es dir gut? Die Säure ist überall. Junge! Oh, lass mich schon mal hier! Oh, das war das. Oh, ich bin so gekümmt. Ah, sind wir geflogen. Ich kämpfe immer noch. Ich stehe wieder auf, Berufsdage. Was war denn da? Was ist denn da? Wo sind meine Eiltränke? Die sind gerade echt ein bisschen. Ich sage mal. Ist da oben schon mal einer gesagt, dass du nervst? Das war nötig. Ich sage mal. Alter, geh doch da mal hoch. Guck dir da hängen und lass dich Schaden kassieren. Ich hab das Aussichtspunktbild verloren. Ich muss im richtigen Bereich bleiben und es nochmal versuchen. Ja, ey, Leute, es ist gerade so ein bisschen mimimi, ne? Ja, wir machen gerade ganz was anderes. Wo waren die hier? Ach, ein Eintrag, Spitzengrimhorn, wachtigen Säule. Da geh doch. Habt ihr die Munition hingeschmissen? Hey Leute, kann ich für meine Hilfe? Nein, sorry, du, da ist doch die ganze Zeit los. Ich kann noch. Hey Leute, Munition für dich. Lass mich noch da machen. Ich hab dich, Eiland. Hierüber, bitte. Alter, schon wieder leer? Irgendwie kümmerst du dich um eins? Geh dir die anderen auf den Fisk. So, warte mal. Nimm doch das blöde Bild weg. Boah, Frostschaden. Hab ich Frost? Schmisch! Also hier hab ich Frost. Den Teil kann ich doch nicht. Na, come on. ... Mal den nerven sehen wie... ... 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 So, wir machen jetzt einen nach dem anderen weg. So, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, halt. Läuft gerade nicht so gut. Hey, du bist doch gerade ein anderer. Den war ich doch gerade. Oh, come on, er hat doch nicht geklappt. Ach doch, die cheaten die. Der Vogel nervt auch mal überhaupt nicht, ne? Ich habe mich doch gerade gefördelt. Drei Malen nicht. Drei Malen. Oh! Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. Oh! Oh, ich hätte mal meine Tränke aufnehmen sollen. Ich bin aus der Reichweite des Aussichtspunkts. Also nochmal. Halt den in der Mammel! Nein! Ich habe das Spiel gesehen. Dschungel, Klingeln aus dem Maul! Also nicht den?